Na Bernd, ich bin der Herr der Fliege und ich begrüße euch zu einer neuen Aufnahme von Minecraft Live in the Woods. Yes! Es geht wieder voll ab, wir sind zurück in unserer Welt. Oh ja, bei mir ist es schon wieder eine halbe Ewigkeit her, schade eigentlich. Hatte zwischendurch einfach keine Möglichkeit mal ein bisschen zu daddeln oder mal so richtig zu zocken. Das wäre auch mal geil gewesen. Es ist ja jetzt noch ein Let's Play dazugekommen und so. Ja, es ist vielleicht zwischendurch dann doch ein bisschen viel, was ich mir so aufbrumme. Aber das soll euer Problem nicht sein, wenn zwischendurch dann mal eine Folge ausfällt. Es ist ja auch nicht so schlimm. Jetzt gerade möchte ich aber ungern, dass eine Folge ausfällt. Ich habe gerade irgendwie einen Lauf, habe ich das Gefühl. Und ja, deswegen jetzt auf jeden Fall die nächste Aufnahme. In der letzten Aufnahme haben wir ja unser kleines Baumhäuschen fertiggestellt, soweit. Also ich bin immer noch sehr, sehr stolz auf dieses Gebilde. Es ist einfach, es ist klein, süß. Es passt wirklich nur ein Bett rein. Ich meine, wir könnten ja auch einen Ofen noch in die Ecke stellen und so. Dann könnten wir ja trotzdem aufstehen. Müssten wir halt nur immer über den Ofen oder über das Bett rüber rennen. Finde ich nicht so geil. Mit der Outdoor-Küche hier bin ich sehr zufrieden. Auch immer noch. Das könnte man natürlich auch noch ein bisschen erweitern. Man könnte ja im Laufe der Zeit noch so einen Wintergarten drumherum bauen oder so. Mal gucken, was wir aus der Insel jetzt hier noch rausholen. Ob wir die überhaupt noch großartig begehen werden. In der heutigen Aufnahme, in der jetzigen Aufnahme allerdings, ich werde mal den Bildschirm wechseln, habe ich was ganz anderes geplant. Und zwar, wir haben noch genug Brot. Wir brauchen auf jeden Fall noch erstmal Steaks. Wir brauchen definitiv noch ein paar Steaks. Denn ich möchte eine kleine, große Ölentour machen. Habe ich richtig Bock drauf. Habe ich mega Bock drauf, einfach eine Höhlentour zu starten und Materialien ohne Ende zu holen. Sodass wir irgendwie in Zukunft uns gar keine Gedanken über Materialien mehr machen müssen. Also, naja, ihr wisst schon, wie ich das meine. Gar keine Gedanken über Materialien geht natürlich nicht. Irgendwas braucht man ja immer. Aber so, dass wir auf jeden Fall fürs Erste komplett ausgesorgt haben. Da hin möchte ich am liebsten. So, einmal die Kisten hier wieder voll machen. Den ganzen Tünniff, den wir jetzt erstmal nicht brauchen, packen wir da rein. Jetzt brauche ich, glaube ich, noch eine Kiste. Äh, da, Eichenholz. Einmal, zweimal. Und dann packen wir nämlich auf die andere Seite noch eine Kiste hin. Die kann dann damit gefüllt werden. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Futter für unterwegs. Sonst kommen wir wahrscheinlich nicht lange klar. Äh, Schildrohr weg damit. Wir haben ja noch so einen schönen Spot bei uns hier in der Nähe, bei dem wir noch nicht dazu kamen, alles erforschen zu können. Deswegen will ich genau das nutzen. So, Fackeln haben wir. Perfekt. Was brauchen wir noch? Wir brauchen mal ein paar mehr Spitzhacken. Muss ich wahrscheinlich erstmal noch ein bisschen Stein abbauen. Außer, es geht natürlich, dass man irgendwie mit diesen Magamit, heißen die? Migamit? Migmatit? Keine Ahnung. Irgendwie was baut. Genau, das funktioniert. Super. Ich freue mir. Dann machen wir noch eine fünfte. Was soll der Geiz? Wir können, ach, wir können insgesamt noch zwei daraus machen. Dann nehmen wir genau so viele auch mit. Hier hin. Äh, die Stöcker nehmen wir auch noch mit. Zwei Burger haben wir noch dabei. Dann gehen wir noch einmal pennen, weil die Sonne gerade so schön untergeht. Ach, es ist so wunderbar, ne? Es ist so wunderbar. Guckt euch das an. Jetzt mache ich gleich einen Screenshot hiervon. Ei, 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 ei. Ist es nicht schön. Jedes Mal, wenn ich in dieses Spiel einsteige und unsere kleine Hütte auch hier sehe und so. Ich mache hier zwischendurch mal ein paar Screenshots. Seht ihr unten ganz gut. Immer wieder, wenn ich in dieses Spiel einsteige, muss ich erstmal ein bisschen genießen. Ist halt so. Ich hätte mir erstmal vier Screenshots nebenbei gemacht. Okay. Kann man mal machen. So. Augenblickchen. Äh, was wollte ich denn jetzt machen? Ich habe, ich habe schon wieder vergessen. Ach ja, wir wollten Steaks holen. Wir brauchen unbedingt Steaks. Wir brauchen unbedingt was zum Futtern. Ohne Essen wird das hier nichts. Ja, insgesamt könnte es passieren, es sei denn der, äh, das Spiel packt mich zu sehr, dass wir hier nur eine kurze Aufnahme draus machen. Denn eigentlich habe ich heute noch was anderes vor. Was anderes vor zu zocken. Aber ich weiß noch nicht so genau. Oh, jetzt hätte er mir doch mal das Eisenschwert direkt in die Hand geben können. Denn ich habe über meinen wunderbaren Browser, den ich verwende, der mir immer wieder vorschlägt, was man so spielen könnte und wo es gerade, äh, Free-to-Play-Spiele gibt. Und wie auch immer, habe ich heute angezeigt bekommen, dass es doch noch ein Warhammer-Spiel gibt, das man übers Wochenende ausprobieren konnte. Schade, schade, Marmelade, dass er mir das heute erst anzeigt. Ähm, Warhammer ist für mich ein, äh, Spiel, das ich schon immer sehr faszinierend finde. Was ich persönlich, äh, auch in der Vergangenheit viel zu wenig gespielt habe, wo ich richtig Lust drauf gehabt hätte. Oh, dein Steak-Paradies. Oh, schnell, schnell, rüber. Und alle hopp. Ui, na, jetzt kommt der Steak zu mir. Oh, ja. Und hier, äh, hat das Spiel mich gerade angeschrien? Kann das sein? Weil ich mich hier so über die Steaks freue? Oder was ist hier so los? Oh, wandelnde Steaks, ich mag es. Ich weiß, ich weiß, das ist alles falsch, was ich hier so von mir gebe. Passt schon. Ei, guckt euch das an. Steaks ohne Ende, ob die gleiche Respawn sind, das wäre ja der Hammer. Guck, da ist direkt die nächste Kuh. Oha, jetzt haben wir fast zwei, also anderthalb Steaks haben wir auf jeden Fall schon voll. Müssen wir ja bald wieder Brot sammeln. Eigentlich, jetzt überschlagen sich schon wieder die Ereignisse bei mir im Kopf. Ähm, ja, wie gesagt, ich wollte Warhammer auf jeden Fall spielen. Das wollte ich erstmal zu Ende bringen, das Thema. Ähm, und hatte aber gesehen, das gibt es nur noch acht Stunden, deswegen wäre es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn ich hier zwischendurch dann doch die Aufnahme wieder beende und mich erstmal auf Warhammer konzentriere. Und das ist Zocker. Äh, aber ich weiß ja nicht so genau, ob sich das eigentlich überhaupt noch lohnt. Da bin ich jetzt gerade so ein bisschen überfragt. Und deswegen habe ich mir gesagt, okay, ähm, bevor ich jetzt hier gar nichts Gescheites mache, spiele ich lieber erstmal Minecraft. Denn da müsste es jetzt in, von heute an, ja, morgen, morgen müsste es da auf jeden Fall wieder die nächste Folge geben. Und dann ist es natürlich wichtig, dass der, dass die Aufnahme gemacht wird. Äh, Alter, hier laufen auch viele Kühe gerade rum. Als hätten wir sie bestellt. Zack. So richtig schön beim Fleischer, das, das dicke Fleisch hier bestellt. Zack, und ein bisschen Leder noch oben drauf, damit wir uns den Puppes einkleiden können. Ich bin so glücklich. Hier oben. Da, genau. So, wie viel haben wir denn jetzt? Wir haben auf jeden Fall zwei Stacks voll. Ich habe hier Lava gehört. Da ist Lava. Das ist ja mies. Das ist ja das gemeinste Loch, was ich jemals von Lava gesehen habe, gehört habe eher. Vor allem ist, es scheint doch so tief zu sein, dass das Laub nicht anfängt zu brennen. Ultimativ gemein. Gut. Ich werde mir das aber nicht markieren. No risk, no fun. Ist immer noch so. Okay. Jetzt können wir nochmal zurückgehen. Ereignisse überschlagen sich übrigens deswegen, weil ich gerade gedacht habe, eigentlich müsste man ja auch erstmal noch Brote herstellen. Damit wir Brote herstellen können, müssen wir aber Weizen anbauen und damit wir was anbauen können, müssen wir aber auf jeden Fall unser erstes kleines, großes Mammutprojekt durchgezogen haben. Und das möchte ich jetzt aber eigentlich nicht hier in dieser Aufnahme machen. Das können wir irgendwann mal später machen. So Mammutprojekte, die sind für mich persönlich irgendwie gedacht für Abfolge 50, Abfolge 100. Wenn ich dann auch weiß, was ich so zu quatschen habe, was ich so quatschen kann. Dann kann man sowas schon mal gut durchziehen. Jetzt kommt hier schon wieder das nächste Wildschwein auf mich zu. Geil ist natürlich, mit so einem Eisenschwert haben die Dinger überhaupt keine Chance. Dann Troutan. Und wenn ich das hier auch so von der Seite sehe, das sieht so ästhetisch aus mit dem Baumhaus. Ich finde das super geil. Also natürlich könnte das alles noch viel ästhetischer sein. Der Baum hier, der braucht auf jeden Fall nochmal eine Generalüberholung. Und dann müssen wir gucken, wie wir den Umkreis hier noch gestalten. Wenn wir von hier zum Beispiel kommen, sieht es besser aus, als wenn wir von der anderen Seite kommen, finde ich. So, ich muss mir einmal die Bratpfanne holen. Komm her. Jo. Und dann müssen wir ja wieder... Achso, ich muss das ja erstmal toasten, ne? Es muss ja erstmal Toastbrot werden hier. Heid. Leder. Heid. Was ist denn jetzt Heid? Ist das... Gegebtes... Gegebtes Leder? Oder was ist das? Tja. Jetzt wäre ich gerne wieder mal dem Englischen mächtiger, als ich es bin. So. Dreimal Toast haben wir schon. Können wir mal schnell verarbeiten. Ich glaube, ich weiß auch noch, wie es ging. Bratpfanne nach oben und die Steaks unten. Und dann haben wir wieder ein paar Hamburger. Noch ein Toast. Oh, das können wir jetzt hier Schritt für Schritt machen. Ist ja vollkommen egal. Hauptsache, wir machen hier irgendwas. Bevor wir einfach nur rumstehen. Nichts tun. So wie sonst auch. Da kommt das nächste Toast gleich wieder raus. Habe ich nochmal aufgefüllt. Gut. Ja, mit acht Hamburgern kommen wir auf jeden Fall schon mal gut weit. Die restlichen... Das restliche rohe Rindfleisch. Ah ja, okay, okay. Ne, wir haben da noch genug Toast, was jetzt hier zubereitet wird. Moment. Ich weiß noch nicht, wie viele Hamburger wir mitnehmen sollten, wenn ich zwischendurch sterbe. Ah ne, wir haben hier einen Grabstein. Wir haben hier einen Grabstein. Okay. Da brauche ich mir ja gar keine Sorgen machen. Also ehrlich. So. Genau. Dann brauche ich mir gar keine Sorgen machen. Nehmen wir einfach mal zwölf von den Burgern mit. Schaufeln habe ich noch gar nicht hergestellt. Siehste? Irgendwas fehlt im Ende. Und eine Wegbank würde ich trotzdem auch noch gerne mitnehmen. Einfach für den Fall der Fälle. Erde werden wir genug finden, damit wir zwischendurch was aufschütten können, wenn es denn notwendig wird. Und die Schaufel haben wir eingepackt. Wir haben ja in der Vergangenheit, in den vergangenen Aufnahmen, haben wir doch so einen wunderbaren Ort gefunden, der es der unbedingt erkundet werden möchte. Unser Poloch der Welt. Es ist so tief. Oha, Leute, oha. Da müssen wir auf jeden Fall rein. Hab richtig Bock. Ab in die tiefsten Tiefen. Wie tief kommen wir denn jetzt hier? Ohne uns irgendwie... Also gar nicht so tief. Okay. Aber es ist sehr tief. Problem. Problem erkannt. Problem gebannt. Können wir hier lang gehen? Ohne dass wir großartig Angst haben müssen. Ich glaube... Wir kommen da auch nicht rüber, ne? Was leuchtet denn da so eigentlich? Kann ich hier irgendwie zoomen? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, welche Taste das bei Live in the Woods war, weil bei Live in the Woods sind manche Dinge dann doch neu belegt, glaube ich. Ich glaube nicht, dass jede Taste hier gleich ist gegenüber dem normalen Minecraft. Hier kommen wir noch runter. Das ist schon fast wieder eine Stufe zu tief, ne? Genau. Jetzt würden wir ja auch wieder hochkommen, wenn wir das wollten. Oho. Nicht, dass jetzt hier das... Der Sand in der Luft hängt. Ach nee. Der hängt auf Sandstein drauf. Gute Sache. Gute Sache. So, Leute. Das war wieder spannend. Ihr habt noch nicht genug? Drückt den Abo-Button. Schaut euch das nächste Video oben rechts oder ein Video, das der Algorithmus für euch ausgesucht hat, an. Außerdem verpasst dem Video gern einen Daumen hoch und einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020